ja ja leute herzlich willkommen zurück zum microsoft die first evolution und sein begrüßungen ja es geht weiter ja macht ja nichts ob das drei begrüßungen war ich habe die aufnahme etwas später angefangen ja wie behindert der kund gerade geguckt hat wie so arroganter spaß wie der ok kommt seid ihr jetzt in dem bett nein ich war nicht weiter weil ich bevor die menschlich im bett ich auch jetzt war das den server hatte bin zu hause was ist der erfolg nach wenn man ein tierpart dem ist schon lange gemacht gehabt haben weil ich habe schon vier millionen hühner wenn man kühe vermehrt kühe gibt es irgendwie ein dass man hund gezähmt hat nein ja aber jetzt immer schlafen man so ich auch noch jemand auf dem server oder jetzt klappt entweder das geleckt oder irgendwas anderes ich gucke mir mal kurz die erfolge ein bisschen an damit 3 level was ist denn dieser komische erfolgt da die sagen ganz krasse damit immer ich wette da musst du diesen wieder da war und der ich gehe mal ein paar hühner töten ich brauche essen weil ich fände schon richtig geil wenn wir das schaffen würden dass wir genug in der augen finden und dann einfach der regel hat dazu geguckt wie ich die hühner töte und die sagt dass der dieser oder wie gescheitert peter 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 diese umwelt hier ja weiß ich ja was du meinst okay also die koordinaten war nummer 900 die z koordinate war 600 richtig ok jetzt bin ich ja ach ich kann mein schilder wieder rein machen da ich ja mein brose endlich geschlossen habe jetzt läuft jetzt läuft jetzt läuft wieder flüssig und das spiel sieht wieder nicht mehr ganz so beschädig aus meiner spiel sieht nicht mehr ganz so beschädig nach wie vorher ja ich bin wieder hier bei so einem komischen wald also bin ich gleich unterwegs okay du weißt schon dass das random map also dass der dass der random irgendwelche maps generiert also kann das sein dass es gibt viele wälder ja ich weiß aber ich bin ja schon auf dem weg zu 600 ach jetzt sehe ich das erst die akazienbäume bewegen sich bei meinem shader noch gar nicht im wind in der hübe wenn sich glaube ich alles ja außer nachts natürlich aber das ist ja lohnt ich hatte mal so ein richtig geilen shader den muss ich echt mal wieder ausfindig ich muss ich muss jetzt noch ein haus weiter bauen machte meine berghütter hier ich brauche einen stahl aus von meinen kühlen ok ich bin ich so 900 schon ok 3 2 und jetzt bin ich bei 800 ah gut dann müssen wir fast da und jetzt bin ich gleich bei wenn ich hier rüberkomme und weil jetzt bin ich bei wasser toll ohne boot würde mich jetzt wie so ein spaß wie wusste doch einmal das sagt man nicht echt mal weil es gibt ja wirklich leute wie heißt das noch spastika oder so naja das heißt so die haben wohl irgendwie nervenprobleme oder sowas und dann haben dann dann kriegen ja schon mal so an heißt das wüsste ich ja nicht mehr dann für mir ist echt leute geht nicht da hat man aber eigentlich gar nichts mehr so richtig sagen außer blöden eigentlich nicht hält sich ja eben mit einer drin jetzt meine höhle meine todes höhle da wo ich gestorben bin da sieht man das noch irgendwo ach du bist schon wieder bei uns ja wo ich hatte in der kleine jahr bin ich finde ich habe die hunger nein ich habe genug erst jetzt ich habe auge noch und dann wieder ich hatte gerade noch meine tierschirm vermehrt soll ich mir jetzt eigentlich ein diamantschwert machen lohnt sich das erst wenn wir 30 aber brauchen können auch mal jetzt hier werden es noch mal fischende tringer ich will die wachsen lassen weil ich brauche ich heute mein haus hallo du bist du nicht sehen siehst du mich gleich ich glaube es wird er kommt davon dahin entweder kommt er von dahinten davon 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 im wald oder von dem walter weil er hat ja irgendwo seine todes höhle gesehen ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich bin jetzt hier auf so baum ich war ich hatte ja aber ich dachte dass wir meine bodeschön da dachte ich dass da die ganzen drücken und so sind aber das war irgendwie nicht so aber wir wohnen jetzt eigentlich bei mir oder bei denen so ich bin jetzt hier beim wasser super um 600 steht da steht ein schaf auf dem dach und ich denke so her was ist das denn das ist so schmal das geht nicht okay ich glaube ich muss noch bin in der falschen richtung aber ich bin gleich zu hause falsche richtung 1 2 3 4 für die minuten nehmen wir 6 7 6 minuten 7 eben bei mir einfach angefangen ja 1 2 3 4 5 6 7 8 ist eine runde zahl bis jetzt mal 600 ja das müsste doch hier irgendwo könnt ihr mir vor die tür gehen oder so ich bin vor der tür spring direkt auf der brücke und du solltest mein haus eigentlich sogar sehen bin hier bei so scheiß schwulen tulpenkacke da tulpenkacke habt ihr irgendwie so einen riesigen turm gebaut ich mache wir haben keine riesigen turm gebaut das also ein turm also so ein ich habe gerade ganz kurz spiel auf dem wir angemacht und ich sehe dich nicht also bist du nicht in unserem umkreis hätten ist was ich mache nochmal das wird anfällig hier heute schlafen ein bisschen rum das ist der koordinate 800 800 warte ich glaube mal eben dahin ich mache meine sounds ein bisschen laut bei dir sein dass das ein bisschen leise war was ist bei dir bin ich wieder bei dem fluss da bei den komischen dann ist es bei dir das ist bei mir gerade 800 800 800 warte aber 800 800 da machen wir die spieler wieder aus das ist bei ihm bin ich bin ich bin in der falschen flucht abgebogen ja okay dann müsste es da sein springen werde ich sehe ich habe sogar angucken links da hinten bei der radar da folgt mir da lang das ist mein hund ich will den hund sehen das ist mein hunderschöner die hunderschöner da hier bin ich nämlich abgebogen hier lang siehst du also war ich doch da hier bin ich nämlich abgebogen weil ich mein gott war das hier war schon wieder eine herbe ein herbe rück schlug einfach jetzt so lange sind wir da mit dem haus da hinten gemacht hat ja ich bin jetzt über den berg gekrabbelt und was geht euch noch gut er hat gebraucht hat eine kuhfarm da drüben guck hinter dir heiter was ist habt ihr alles gebaut als ich weg war ich war doch nur ein paar folgen weg drei monika kommentare hier war das wie schön ja rein mit ihr und die ganze das ist ein paar mehr gewordene ja ich schlachte die immer wieder und dann vermehre ich die er hat essen maschine die typisch aus okay ich stelle hier irgendwo mit den hier schnappfackeln da drin okay es wird nacht also jetzt können wir eigentlich ja warte noch 56 gebratenes schweinefleisch und zwölf steaks jetzt habe ich wieder diesen behinderten ich hatte gerade wieder dass das flippert dann bei mir immer so nach der zeit da wird immer alles ganz gut einmal so schwarz und dann sehe ich wieder alles was macht mein hund die beginnt ja kriegt die links eigentlich wieder die die leine leine die liegt dann auf dem boden irgendwann aber ich liege im bett okay dann geht es auch die schon die ganze zeit und das und morgen monika monika unsere gottheit wir beten sie an heil der monika der lebt da voll primitiv in seiner scheiß kacke hütte und du brauchst dir hier ja weiß ich das ist so in dem berg irgendwie österreichisch da fehlt noch was das ja noch nicht fertig keine roten doma hast du auf deinem weg irgendwo ein villager dorf gefunden ne anzeige losgehen christian weißt du wie weit wasser reicht wenn man da also du setzt das 88 blöck nennen bei flyer bei primitiv überhaupt mit idee oder kann sein bei wenn nur wenn du so felder bewässerst 5 glaube 1 2 3 4 5 6 ist einfach so sechs sind das aber ich will das nicht regel ist eine primitive hütte die 3 und die kommen kommen hin wir gehen wieder zum geilen haus wo ist denn was das ist hier genau für eins hat noch gereicht habe ich mein eimer dabei nein habe ich nicht schön hier ich will es auch im haus einmal da drin geht das das geht nicht mehr ich darf keine ausbauen in der folge hier hat wie schön und der hund der verfolgt mich immer wie so ein kommissar kommissar wie kommst du auf kommissar ja weil die einen auch immer verfolgen ach und deswegen ist dein hund ein kommissar weil er dich verfolgt hallo ist klar macht sinn ich mach mir noch einen schubel ein schubel eine schubel und das war's kann eh nicht bauen also haltet die schnauze wenn ihr jetzt die geile bauwerke von mir sehen wollt ich baue es hier bei den schubel tun schlafen wobei ich denn was ich mach mal das den sand hier weg die holzhacke sollte noch reichen aber vielleicht nein nein reicht nicht ich habe das so ich habe das so im gefühl dass sie nicht mehr reicht doch so ein ich bin irgendwie voll müde heute irgendwie ja ich nicht geht eigentlich voll klar gerade so schwimmen mein freund redet mal bitte ein bisschen in der lage zu reden ich mag turfischpizza richtig schöne turfischpizza aber die darf ich so labbrig scheiße sein richtig schöne turfischpizza mit zwiebeln und die muss richtig rein darf kein tigerfisch sein darf nicht und genau kein fisch der nach tiger schmeckt fisch deiner tiger schmeckt ja ein paar eier von euch ein tiger der nach fisch schmeckt nein fisch der nach tiger schmeckt du ist auch so oft tiger oder die die nummer zurück zu dir tobi da glaube ich mir deine workbench erstmal ein bisschen ich habe mal ich habe in einer kiste noch eine der wenn ich in höhlen gehe zu nehmen was soll das eigentlich für die maske sein die du du hast das ist einfach damit mein gericht nicht sieht schwarz ist nicht schwarz der ist braun immer der ist auch nicht braun das ist der braun gebrannt das ist der ganz alter nie bitte bitte halt die zurück ich habe ihn auch für den geschlagen aus 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 ich bringe ihn um ich bringe ihn um ich bringe ihn um kommt der hund näher als fünf blöcke bringe ich ihn um der sitzt gerade ja hoffentlich lässt du es hast du meine tür eingesammelt gerade lässt du es ja fein ey komm doch mal her er will sich entschuldigen nee ich fass deinen hund nicht an nein komm her du musst ihn nicht anfassen er sagt es dir nur ich bringe ihn um ich bringe dann komm her doch ich bringe ihn um ja komm doch jetzt hermann ja warte ja warte doch mal ich muss gerade das muss weg und das muss weg kann man so viel schiss vor hunden haben ey ja aber ich hatte keine waffe im nr grad in der auswahlleiste ja nicht schlimm ich muss sagen eine gewisse dann lass den hund in Ruhe ja ich hätte ihn gleich auf dich kann ich nur wenn du mich schlagen könntest lag ihm mal bitte kurz nein oh Gott ich komme aus der her Tobi wo ist denn der hier drüben er ist nicht mehr sauer ja auch habt ihr den auch grad kläffen gehört ja ja wuff sie ist im ja mit dem boden bringt das ja nichts ne du musst das schaf hauen wo geht der her wo geht der her box mal das schaf ich weiß gar nicht wie lange wir schon aufnehmen aber 20 minuten sollte vielleicht in der nächsten folge mal mein inventar ein bisschen sortieren und bb hat wir bock auf döner ja ja sollen wir mal folgenpäuschen machen wir könnten in der nächsten folge zwar was weiter bauen aber wir könnten dann mal ein thema durch quatschen ja wenn ihr themen habt ich habe meistens keine ich habe nie welche sexualverhalten von ein wild lebendes dome passt auf ich lebe kann ja versuchen mal den hund wieder auf tobi drauf gehen zu lassen und ja da bringe ich den hund um das war wieder eine folge wir sind schon in der kreiderzeit die anderen sind noch in der steinzeit genau da muss ich hier noch den höhen matches gehen habe egal in die heutige zeit mit fernseher und allem neid gehen wir da rein ja auch zu quatschen man macht einfach das ende leute ja auch hier auch von der folge von mir und